Hör doch auf damit, das hat doch überhaupt keinen Sinn. Bescheid, Gerichtsverhandlung, 2.500 Euro. Ich bin schuldig. Ich hab dir gesagt, haltet ihn nur einmal. Halt einfach deinen Mund. Ihr verteilt auch so ein Video? Ja? Sind Sie lieber als ich? Natürlich ruft er an, weil die Prispe seinen Einspruch heute ausläuft. Wieso haben Sie mich nicht daran erinnert? Wir hatten es doch schon alles geplant. Die Klausel ging jetzt. Die haben es tatsächlich nicht gecheckt. Das ist doch nicht ihr erster Tag heute. Oh, aber ich brauche doch dabei Ihre Unterscheidung. Warum muss ich eigentlich jetzt mein Gesicht wieder hier wagen? Wir sind heute Abend dann aber wieder glücklich zum Nachtpast. Du hast uns hier reingebracht. Ach, jetzt bin ich auch noch dran schon. Dich bring ich um. Ja. Noch mal zum Psychologen, noch mal zum Anonymen, Alkoholikern. Mein Herz. o Du Du Untertitelung des ZDF, 2020